Jodo Dillidong Ladies and Chants, hier ist mal wieder euer Föhrlong Foras und ich begrüße euch zu einem neuen Format Call of Duty Fakten. Geht es euch nicht auch am Anfang eines Games immer so, ihr denkt euch geile Scheiße läuft richtig gut und wenn ihr dann wirklich am Streak seid, am Streak aufbauen seid, werdet ihr so scheiß nervös. Schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir eure Fakten in die Kommentare und vielleicht ist euer Fakt im nächsten Video dabei. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß. Das Game ist so fucking awesome and easy, meine Damen und Herren. So, Alter, geht down. Yes, in your face. Woo. Come on, baby, give me this one more time. Alter, Leute, ich liebe dieses Game, es ist so geil. Der hat keine Chance gegen mich. Da ist ein Camper. Komm, komm, schau raus, schau raus, schau raus. Give it to me, give it to me. Yes, yes, yes. Sit down. I'm the boss, baby. Yes. Wow. Die Grenzrate der Substitution ist die subjektive Tauschbereitschaft der Konsumenten. Also, fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Und da ist der Orbi. Alter, warum nur mehr drei Gegner? Leute, ganz ehrlich, YouTube-Fakt, Call of Duty-Fakt. Wenn ich auf Street bin, gehen alle raus. Wie ist das für euch? Alter, what the fuck? quitten hat das spiel verlassen hat das spiel verlassen leute lasst mich doch nicht im stich hier wenn ich bin mein aim ist wie eine kube im scheiß nicht der platz machts platz machts platz der same what the fuck so yes 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 close to fuck schiss fuck nein 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 what the fuck nimm doch den kill an fünf feiern nein 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 scheiße ich bin auf street ich möchte es nicht abkratzen schwarm ist draußen wir gehen auf nuket wird noch nicht in der flüge in der flüge wenn ich dieses neue format gefallen hat lasst auch ein like da wenn ihr mehr sehen wollen lasst doch auch ein abo da und es jetzt rechts und links sowohl ein richtig geiles tipps und tricks video wie ihr ihn frei für alle das nuket auch doch echt mal knackt ja vielen dank fürs liken vielen dank fürs abonnieren und sehen uns bald wir tun im neuen video bis zum nächsten mal see you ladies and gentlemen bye bye